Nachdem der DAX dieses Widerstandscluster überwunden hatte, hat es sich eigentlich relativ stabil gezeigt, über 10.500, 10.600 Punkte. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Bastian Galuschka, er ist Chart-Experte bei GodmodeTrader in München. Und er sieht ganz interessante Konstellationen beim DAX, beim Dow Jones und als Einzelwertsprecher noch über Volkswagen. Und wir werden über Gold sprechen. Bastian Galuschka, schön, dass Sie bei uns sind. Ich habe so den Eindruck gesehen, da eine Ja-Aber-Börse. Ja, stabil über 10.500, 10.600 Punkte, aber so diese letzte Entschlossenheit fehlt. Liegt das an der Urlaubszeit? Ja, das mag so sein. Also man sieht natürlich schon so einen gewissen typischen Sommerhandel. Dieser Ausbruch, den wir im DAX ja gesehen haben vor ein paar Wochen, gerade dann im August, der war ja eher ungewöhnlich. Also die Sommermonate sind jetzt für eine so positive Börse. Also vor allen Dingen in der August war ja dafür in den letzten Jahren, war dieser Monat dafür eigentlich nicht zu gebrauchen. Und dennoch muss man sagen, dass der Index eigentlich sich nach den Chart-technischen Marken weiterhin ganz gut hält. Also wir sind, denke ich, sehr zufrieden mit den Ausblicken in den letzten Wochen. In der Sendung in der vergangenen Woche haben wir ja gesagt, dass man jetzt erstmal ein bisschen vorsichtiger sein sollte. Wir sind gut gelaufen, es könnte erstmal zu Rückläufen kommen. Genannt wurde die Marke bei 10.480 und eine zweite bei 10.365. Die 10.480 haben wir sauber abgearbeitet, also da können wir einen Haken dahinter machen. Es war allerdings nicht so ganz einfach, denn wenn wir uns den Montagshandel anschauen, da lag das Xetra-Tief bei 10.443, aber im Future haben wir einen Tief bei 10.386 gesehen. Also da gab es wirklich eine große Order, die da den Future nach unten gedrückt hat. Erhebliche Diskrepanz zum Xetra und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die diversen CFD-Anbieterkurse gehabt. Also das zu handeln war wirklich nicht leicht und war sozusagen auch wieder ein bisschen typisch Sommer. Also der DAX schlägt seine Haken erst nach unten und seitdem geht es ja auch wieder aufwärts. Das zweite Konsolidierungsziel bei 10.365 haben wir also nicht ganz erreicht, selbst wenn wir da den Future-Kurs heranziehen, aber es ist auch kein Beinbruch. Man kann mit dem Rücklauf zufrieden sein und was jetzt eben noch fehlt, Sie haben es angesprochen, ist so ein bisschen die Dynamik nach oben. Wir sehen immer wieder gute Ansätze, die aber wieder abverkauft werden und es geht jetzt im Großen und Ganzen um den Widerstand bei 10.635 Punkte. Wir haben da auch im Wochenverlauf immer mal wieder kurz drüber geschaut, aber so die Nachhaltigkeit fehlt. Ich hatte im Wochenausblick die 10.650 genannt, einen Tagesschlusskurs darüber, den würde ich gerne sehen und ich denke dann könnte man schon sagen, dass wir mit großer Wahrscheinlichkeit erstmal das Gröbste überstanden haben, auch die Hochs wieder ansteuern können und sollten gar neue, hochs über 10.800 Punkte entstehen, dann wären Ziele bei 10.860 und 10.980 Punkten erreichbar. Im Idealfall also haben wir das Konsolidierungsziel trotz schwieriger Sommermonate hinter uns, ganz aus dem Schneider sind wir eben noch nicht. Wir brauchen nochmal, wir müssen nochmal eine Schippe draufpacken, sozusagen über die 10.650 gehen und was man auch sagen muss, sollte der Anstieg in der zweiten Wochenhälfte wieder abverkauft werden, dann würden wir natürlich eine eher bärische Wochenkerze sehen und dann wäre auch das zweite Konsolidierungsziel auf der Unterseite wieder greifbar. Insgesamt bin ich aber ganz positiv gestimmt, der Rücklauf sieht gut aus und daher leichte Favorisierung für den bullischen Fahrplan für steigende Kurse. Ist denn die Lage bei den Amerikanern irgendwie anders? Immerhin haben wir ja jetzt das Notenbankertreffen in Jackson Hole und da liegt uns gleich wieder das Thema Zinsanhebung auf der Zunge. Ja, das stimmt und das wird ja auch so schnell nicht abreißen, diese Diskussionen. Jedes Mal hat man das Gefühl, wenn irgendwelche Wirtschaftsdaten kommen, wird gleich diese Zinsgeschichte wieder gespielt. Erhöhen Sie die Zinsen, erhöhen Sie sie nicht. Ich glaube, meine Meinung ist mittlerweile bekannt, dass da nicht viel passieren wird auf der Zinsfront und das sage ich jetzt auch nicht seit gestern, sondern schon eigentlich das ganze Jahr über. Bei den US-Indizes ein bisschen die Luft raus. Wir sind seit einigen Wochen, treten wir ein bisschen auf der Stelle. Auch da muss man ja sagen, sind wir sehr gut gelaufen seit Ende Juni. Also das muss man immer in Relation sehen zu der Strecke, die wir vorher absolviert haben. Ich bereite ja unsere Trader oder interessierte Trader auf unserer Website Gottmode Trader in einer täglichen Videosendung um 15 Uhr immer auf die US-Indizes vor und da war in den letzten Tagen eigentlich immer eine Marke das große Thema, nämlich die 18.470 im Dow Jones. Also da sind wir so oft jetzt auf der Unterseite dran abgeprallt und ich würde sagen, wenn jetzt nochmal ein Anlauf gestartet wird auf die Marke, dann ist es relativ unwahrscheinlich, dass die dann nochmal hält. Also die 18.470 sollte man im Blick behalten, wenn man auf der Unterseite sozusagen Absicherungen vornehmen möchte. Darunter könnte es dann auch mal eine Marktbereinigung geben. Muss jetzt kein großer Beinbruch sein, aber zumindest mal eine kleine Verkaufswelle könnte das auslösen. Bei 18.350 Punkten läge dann schon wieder die nächste wichtige Unterstützung auch im größeren Bild. Solange wir darüber notieren, kann man eigentlich mittelfristig bullisch gestimmt sein. Insgesamt halte ich aber an der Aussage fest, dass der DAX inzwischen, dass ich den DAX von den Strukturen her interessanter finde als die US-Indizes. Die US-Indizes sind über Monate sehr gut gelaufen, haben den DAX auch outperformed und ich denke, diese Schere könnte sich durchaus mit Blick auf die noch verbleibenden Monate 2016 etwas reduzieren. Dann sprechen wir doch über einen Einzelwert. Bei Volkswagen legt man den Streit bei mit den Zulieferern und zum anderen strebt man einen Vergleich an mit Klägern in den USA. Das klingt doch eigentlich nach einem guten Plan. Ja, also zunächst, klar, man kann es positiv sehen, man kann es aber auch negativ sehen, nämlich, dass die Serie negativer Nachrichten nicht abreißt. Man hat ja erst mal das Problem festgestellt bei den Zulieferern und es wurde jetzt behoben, aber insgesamt, wenn man sich die Reihe an Nachrichten anschaut in den letzten Monaten, hat das wieder mal hervorragend ins Bild gepasst. Bei VW passt es einfach derzeit nicht, ob da dann Lösungen gefunden werden, hin oder her. Irgendwie hat das jetzt gut reingepasst, wieder diese Geschichte mit den Zulieferern. Ich finde auch, dass die Bewältigung dieser Krise in den USA alles andere als souverän vonstatten geht. Stichwort Bonizahlungen auch der Manager. Also da hätte sich sicherlich der ein oder andere auch von der Belegschaft gewünscht, dass da vielleicht auf Boni verzichtet wird. Fundamental sehe ich VW auch mittlerweile schon mit etwas größerem Abstand klar hinter Daimler und BMW, also nur auf Rang 3. und der Vorstandsvorsitzende Matthias Müller, der hat hier sicherlich noch einiges an Arbeit vor sich. Es gab jetzt auch zuletzt mehrere Interviews diverser Vorstände und da ist das klar, dass das jetzt nicht von heute auf morgen gelöst wird. Da wird teilweise 2018 genannt, als Jahr, wo dann die ganzen Probleme gelöst werden könnten. Also da ist noch vieles im Argen und die Anleger werden sich da noch gedulden müssen. Interessanterweise ist es ja so, dass diese fundamentalen Schwierigkeiten sich im Chart auch widerspiegeln und das im Gegensatz zu BMW und Daimler, die ja mehr oder weniger parallel laufen, die beiden Aktien VW ganz andere Kursstrukturen aufweist. Wir haben hier im Herbst 2015 oder seit Herbst 2015 nach dem Sell-Off im letzten Jahr ansteigende Tiefpunkte markiert. Also das sieht schon mal nicht so schlecht aus, aber wir schaffen es auf der anderen Seite auch nicht nachhaltig neue Hochpunkte auszubilden im Chart. Wir haben einen Widerstandscluster zwischen 136,65 und 139,40. Also grob brauchen wir Kurse über 140 Euro bei der VW-Aktie, um hier eine mittelfristige Bodenbildung abzuschließen. Wem das zu weit entfernt ist, diese Marke, der kann kurzfristig auf einen Abwärtstrend achten, der bei rund 126 Euro mit einigen anderen Widerständen zusammenfällt. Also hier ein weiteres Cluster, das wäre also ein erstes positives Signal, wenn wir 126 Euro überschreiten würden. Negativ dagegen wäre es, wenn das Juli-Tief bei 103,65 unterschritten wird. Also wer hier ebenfalls Absicherungen vornehmen möchte, eventuell auch auf Short vielleicht spekuliert, aufgrund der Probleme, der sollte in meinen Augen diese Marke im Auge behalten. Insgesamt bleibe ich also dabei, man wird bei VW viel, viel Geduld mitbringen müssen. Wer überhaupt im Automobilsektor was machen möchte, der Sektor ist ja sehr schwach, auch die Zulieferer, für den ist meiner Meinung nach diese Aktie jetzt nicht unbedingt zu präferieren. Also Daimler und BMW, wir hatten das Thema, gefallen mir da besser. Und der Ausbruch zur Oberseite, den sollte man auf jeden Fall mal abwarten, dass man hier von einer mittel- bis langfristigen Trennwende bei VW sprechen könnte. Ist es eigentlich ein guter Plan, Gold im Depot zu haben? Immerhin, die Bundesregierung hat ja zu Hamsterkäufen angeblich geraten. Ja, die Gold-Bugs, die sind ja ganz gut dabei in diesem Jahr. Also der Anstieg bei Gold ist ja aller Ehren wert. Ich bin jetzt nicht, persönlich bin jetzt nicht so der große Freund von Gold, aber wer das natürlich halten möchte, wer auch einen gewissen Anteil seiner Gesamtinvestitionen in Gold hält, da kann ich jetzt auch wenig dagegen sagen. Sagen kann ich allerdings, dass seit Wochen bei Gold jetzt auch nicht mehr so viel geht, zumindest in US-Dollar gerechnet. Wir haben ja diesen steilen Anstieg gesehen in Folge des Brexit-Votums und was danach kam, dann auch nicht mehr so viel. Wir sind auch aus dem erwähnten Konzertierungstreik aus der vergangenen Woche erstmal nach unten herausgefallen. Das war zumindest mal ein leichtes bärisches Signal. Das Tief bei 1329 US-Dollar hält aber bislang, also das spricht wiederum für die Käufer und auf der Oberseite müssen wir über 1357 US-Dollar ansteigen, also dieser Widerstand, der noch intakt ist, spricht für die Verkäufer. Ich denke, Sie hören es schon raus, kurzfristig sind das klar abgesteckte Marken, wir sind neutral zu sehen, wir konsolidieren seit vielen Wochen, größere Signale sind bislang nicht auszumachen. Sollten wir jetzt auch die 1329 noch brechen, könnte ich mir vorstellen, dass ein bisschen Verkaufsdruck reinkommt und dass vielleicht der ein oder andere, der die Rallye verpasst hat, nochmal im unteren 1300er-Bereich zugreifen könnte, wer auf Signale der Stärke warten möchte, da würde ich sagen, sollten wir zumindest mal über 1360 US-Dollar ansteigen. Also auch hier, auch in diesem Basiswert, ist typisch für die Sommermonate etwas Geduld gefragt. Bastian Galuschka von Gottmut Räder, Dankeschön fürs Interview nach München. Hier haben wir der Neumann und Herren die ideale Situation im DAX, sieht so aus, dass wir die Konsolidierung geschafft haben, wir sollten jetzt noch die nächste Marke bestätigen mit 10.650 Punkten, dann wäre der Weg frei in Richtung 10.800 oder sogar noch darüber. Charts und Co. immer am Mittwoch hier bei Börse Stuttgart TV.